So, wir sind wieder mal bei Weihnachtsdekon. Hier, Weihnachtstekon der besonderen Art. Wir möchten Ihnen nämlich drei, ja, drei Weihnachtsmänner vorstellen, die alle drei unter 10 Euro kosten und die jeder Einzelne für sich ein Highlight auf ihrer Weihnachtsparty sind. Und Kai, dein Liebling, mit dem fangen wir gleich an, oder? Nee, mein Liebling, heute in der Sendung ist eigentlich eher der dritte, der da hinten steht mit diesem wunderschönen Geweih. Aber der erste ist ein absoluter Knaller bei uns. Denn das erste ist, sowas finden Sie nirgendwo anders. Das ist schon mal schön bei Pearl TV. Dass alle drei ganz tolle Weihnachtsdeko sind, die ich super gut verschenken kann, damit vielleicht auch ein schöner, gemütlicher Weihnachtsabend ein bisschen unterhaltsamer wird. Das können wir Ihnen garantieren. Unser Swinging Santa ist der erst ein 28 Zentimeter großer, schicker Weihnachtsdekon. Ja, und warum heißt das Swinging? Ich muss ihn jetzt mal ein bisschen nähern. Jetzt passen Sie mal einfach. Deshalb heißt er Swinging Santa, weil der legt los wie die Feuerwehr. Er singt, er tanzt, er dreht sich, er wackelt mit den Hüften, schwingt die Arme dazu. Und jetzt, Achtung, jetzt legt er gleich wieder los mit seinen Pirouetten. Also ein Hingucker. Und nicht nur für Kinder, sondern ich glaube für Groß und Kleines, dass man was ganz, ganz Außergewöhnliches. Ja, vor allem der ist so schön detailliert gemacht. Der hat den dicken Rauschebart, der guckt so süß, der hat die ganz roten Wangen. Und der swingt nicht nur mit den Hüften, sondern der passt natürlich auch mit den Ellenbogen dazu. Wir haben Tausende verkauft in den letzten Tagen. Und das ist kein Wunder, denn ein tolles Geschenk für ein Altersheim, ob das vielleicht in einem Geschäft ist, es ist völlig egal. Schenken Sie sowas zu Weihnachten einfach mal, denn Weihnachten ist das Fest der Familie und der Liebe. Aber Weihnachten soll man ja auch was zu lachen haben. Und einfach der Annausschalter unterm Mäntelchen, je nachdem wann Sie loslegen wollen, kein Problem. Stell dir mal vor, du bist bei der Firmenweihnachtsfeier und bist da gemütlich am Essen und irgendwann wird die Stimmung, weiß ich was kommt. Und dann stellst du den auf den Tisch und schaltest ihn ein. Dann ist ja die gute Stimmung schon mal vorprogrammiert und die Grundlage der guten Laune sind geschaffen. Also wir hatten einen Onkel, er ist leider Gottes verstorben schon länger. Der hat uns zu Weihnachten immer so ganz ausgefallen und witzige Geschenke gemacht. Und wir haben dann zu Weihnachten zwar immer von den Eltern die Geschenke, haben wir uns riesig drüber gefreut. Aber wo wir am meisten drauf gespechtet haben und das war auch immer so das letzte Paket, was wir abends erst gekriegt haben. Das war von unserem Onkel damals immer so ein großes Paket mit so ganz witzigen Sachen drin. Wir hätten uns damals ein Bein weggefreut, wenn sowas drin gewesen wäre. Das ist wirklich schön gemacht. 9,41 Euro und der Moment, besser gesagt im Moment ein absoluter Dauerbrenner bei uns. Und damit sind Sie der Star auf jeder Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Und wenn Sie für Ihr Geschäft noch Deko suchen jetzt in der Weihnachtszeit, denke ich mir, passt das auch perfekt, oder? Ich finde es klasse, diese Pyroetten, wie locker er in der Hüfte ist. Und dann kommt der Moment. Und wissen Sie, was dann passiert? Achtung, jetzt singt er und dann kommt, nee, mach ihn wieder an. Und zwar, das werden alle Kinder sagen, die um ihn rumstehen. Und dann wird es in die nächste Runde gehen. Also ein absolutes Deko-Highlight, ein Bringer auf jeder Fete oder wie gesagt Weihnachtsfeier. Da werden Sie die Nummer 1 sein. Die erste Frage wird dann sein, wo hast du denn diesen Kerl her? Ja, und dann können Sie natürlich auch getrost sagen, ja, schau doch mal bei Pearl TV rein. Das habe ich da gefunden, weil woanders kriege ich sowas nicht. Das heißt, MC8000, das heißt also MC8000 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren Swing Santa. Wenn Sie jetzt aber vielleicht einen Musiker in der Familie haben, egal wie groß oder wie klein, der gerne trommelt, dann haben wir jetzt zu Weihnachten was ganz Tolles für Sie. Das ist nämlich unser zweiter. Und das ist der Schlagzeugspiel Santa. Und den finde ich auch richtig schick. Weißt du, an wen, der mich erinnert? Kennst du noch von der Muppet Show damals? Der Schlagzeuger, das Monster war das, glaube ich. Der ist ganz ähnlich. Also hier. Und dann singt er jetzt auch noch dieser. Ja, Animal, richtig, das Tier. Genau. Und das ist hier natürlich ein Schlagzeuger-Weihnachtsmann. Der singt auch noch. Und Sie haben es gerade gesehen, dieses LED-Farbenspiel. Da haben wir also noch Disco-Beleuchtung von unten. Und also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach auch mal was anderes. So, Herr Engelmann beruhigt sich nicht mehr. Der swingt gerade mit, der spielt gerade. Ja, oh, oh. Das ist doch cool, oder? Also, let's do the twist. Und das wirklich süß gemacht. Denn der Weihnachtsmann ist musikalisch. Und das ist natürlich auch wirklich schön gemacht. Schauen Sie mal. Sogar mit der coolen 70er-Jahre-Brille. Schön sogar verspiegelte Gläser. Der sieht richtig gut aus. Hier die beiden Becken. Natürlich hier oben die Tom-Toms, die Bassdrum unten. Und das auch noch mit diesem Disco-Licht hier unten. Also, das wird natürlich abends auch ein ganz toller Effekt, wenn es ein bisschen dunkler ist. Das kommt auch überall super gut an. Ich habe einen guten Freund, der kriegt jedes Jahr von mir zu Weihnachten eins von diesen Dekos. Und bei dem im Geschäft ist das jedes Mal wieder der Brüller. Denn das ist allabendlich füllendes Thema. Finde ich schön. Ja, also ich finde ihn auch ganz, ganz toll. Einfach mal wieder was anderes. Was überraschend ist in Ihrer Weihnachtsdeko. Und es kann besinnlich sein, wie es will an Weihnachten. Das ist auch schön, wenn es besinnlich ist. Aber ich finde, der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Ab und zu mal ein Lächeln. Ab und zu mal so ein kleiner Überraschungseffekt. Und das schafft dieser kleine Schlagzeuger mit Sicherheit. Wollen Sie haben? Kann ich mir vorstellen. Dann bestellen Sie doch einfach. MC 6011 und die 569. Und sofort rockt es bei Ihnen an Weihnachten. Und wenn Ihnen dann genauso die Hüfte locker wird wie mir auch, dann ist es kein Wunder. Denn das ist ja ein absoluter Klassiker, dieser Song. Ja, also in meinem Alter kennt man den auf jeden Fall noch. Die Jüngeren, ja, die kann man dran führen. Aber auf jeden Fall ist es verrückt genug. Auch für die Jüngeren. Und für die Herren im Alter von Herrn Engelmann. Ja, animiert es richtig zum Zappeln. Also auch wenn die Gelenke mal schon ein bisschen eingerotten sind. Ja, die ganze Zeit. Ja, stimmt's. Ja, ich höre die Knie rutschen und die Knacken hier. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Auch dieser Preis 9,41 Euro. Und die Bestellnummer NC 6011 und die 569. So, der trinkt jetzt mal was. Weil nach dem Schlagzeug spielen sollen wir auch ein bisschen was trinken. Da kommt er nämlich gerade mit dem kompletten Weihnachtskostüm ins Schwitzen. Aber wir sind noch nicht am Schluss. Denn jetzt kommen wir in der Sendung zu meinem Favoriten. Und den finde ich so knuffig. Zu Max Kreger, der Max Kreger, der Weihnachtsmänner. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, da war ich immer so ein Fan von Max Kreger. Ja, stimmt. Ich fand das immer so toll, wenn er das Saxophon gespielt hat. Hinten dran war auch ein Schlagzeug. Das haben wir jetzt auch. Nebendran waren meistens ein paar Tänzer. Die haben wir jetzt auch. Das passt ja wunderbar. Und jetzt kommt Max Kreger vor mit seinem Saxophon und fängt an zu spielen. Was ich so toll finde, das habe ich immer wieder vom Gesicht an die Muppet Show. Damit bin ich groß geworden. Ich liebe die. Diese Knopfaugen, dieser puschelweiße Bart, dann diese Knuffelnase und oben aus der grünen Mütze raus das Geweih. Okay, jedes Mal, wenn ich den sehe, könnte ich mich wieder kaputt lachen. Und der dreht sich auch ein bisschen und tanzt. Und das ist für mich heute in der Sendung der absolute Knaller. Den finde ich so goldig. Ich drehe ihn mal wieder ein bisschen in die Kamera. Aber der ist richtig schön. Richtig schnuffig. Schauen Sie mal, wie süß der schaut. Also ein Highlight. Dann spielt er auch noch tollen Saxophon. Also musikalisch begabt ist er auf jeden Fall. Und auch das wird ein Hingucker sein auf ihrer Vetonkarte. Der heißt ab sofort bei uns jetzt Max. Max, okay. Hallo Max, komm, legen wir nochmal los. Da ist er nochmal einfach auf die Hand drücken und dann geht's wieder rund. Ich finde das so schön, dass der so puschelig ist. Da kann man auch mal so ein bisschen am Schnauze so schön spielst du machen. Also ein wirklich tolles Geschenk. Auch hier wieder 9,41 Euro. Wir sagen Ihnen klipp und klar, sowas muss nicht viel kosten. Und vor allem, Sie können rumgucken, wo Sie wollen. Sowas werden Sie sonst nirgendwo bekommen. Und wenn Sie sowas finden sollten, dann vielleicht irgendwo in England, in Amerika, im Internet. Für weit, weit mehr Geld. Aber das muss nicht sein. Schalten Sie doch einfach Pearl TV ein. Denn natürlich haben wir wunderschöne Geschenke für Weihnachten, die eben auch lange Bestand haben. Aber wir haben eben auch witzige Geschenke für Weihnachten, die den Spaß auch nicht zu kurz kommen lassen. Und insofern ist das doch echt kein Preis oder 9,45 Euro. Eins können wir Ihnen garantieren. Egal welchen Sie nehmen, Sie sind der Chef im Ring. NC 82 12 und die 569. Und ganz einfach hier vorne auf die Hand drücken. Mehr muss es nicht sein. Und schon spielt er wieder eine komplette Strophe. Ja, also egal welcher Weihnachtsmann Ihnen am besten gefällt. Ob unser Swing-Santa, unser Schlagzeugner-Santa oder hier unser Max, wie wir ihn jetzt getauft haben. Ich bin mir sicher, das wird ein Highlight. Auf jeder Weihnachtsfeier, auf jeder Fete. Oder wenn die Kinder oder die Enkel an Weihnachten dann mal am Tisch stehen. Und man setzt diesen Weihnachtsmann oder einer dieser Weihnachtsmänner auf den Tisch. Und jetzt wird es ein bisschen laut. Also es wird auf jeden Fall ein Volltreffer sein. Deshalb rufen Sie gleich an. 080 51 51, dreimal die zwei. Und jetzt gleich noch eine Warnung. Niemals, niemals alle drei auf einmal anmachen. Also das ist mir jetzt auch ein Visier zu viel. Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass die irgendwann im Laufe des Abends heute noch im Takt spielen. Aber Sie bestellen jetzt, weil das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Ein richtig tolles Gadget, ein Deko-Highlight bei Ihrer Weihnachtsdekoration. Also wir wünschen Ihnen viel Spaß an Weihnachten und wirklich, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Dafür garantieren diese drei Kerle.